Hey Leute, willkommen zum neuen Video heute mit Tekken 6. Und ja, ein neues Projekt, ne? Das bedeutet, mit Schildi wieder, ne? Schildi. Ja, hallo Schildi. Uh, ja, hallo. Ja, einen Augenblick. Also Schildi ist auch wieder da, ne? Und ja, ich hatte technische Probleme mit dem Laptop, ne? Dass ich ja kein WLAN drauf hatte und kein Video hochladen konnte. Das bedeutet, jetzt habe ich mir jetzt gedacht, ich mache jetzt ein Tekken-Video. Alter, da bin ich. Jo, da bin ich. Ähm, dass ich jetzt ein Tekken-Video mache, weil ich ja schon schon Live-Nikorladen konnte. Und konnte noch was kann ich auch nicht, weil mein Aufnahmeprogramm gespinnt hat. So. Ich glaube, ich mache die Kampagne. Ja, ich werde da so ein Video, also wenn ich wieder so ein Video mache, sondern sagt einfach, schreibt in die Kommentare. Ja. Und guckt auch beim Gamer Zocker 3D vorbei. Der macht auch mal gute Videos. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal anfangen. Und was ich hasse einfach an Leuten ist, das müsst nicht, aber ihr müsstet, wenn diese Videos auch schon guckt, bestimmt auch mal ein Like da lassen oder was anderes. Ein Kommentar vielleicht. Ein Kommentar vielleicht ist es nicht unbedingt, aber unbedingt, also der würde mich mal freuen, wenn ihr ein Like da lasst, weil es gibt Leute, die gucken sich das Video an und bewerten das dann später erst. So, was finde ich eigentlich kacke. Oh, ich bin der Weißen, weil weiß ist eigentlich eine Type-Mondo. Aber, oh ja. Wow. Und ich liebe diesen Typen, den ganz vieler. Das einer der starken, starken, sehr starken ist. Das geht auch noch. Hey, na, komm her. Okay, das habe ich mir gesagt. Und bitte, ich habe auch, wenn ihr einen Kommentar schreibt, bitte keine Hate-Kommenswahrer, weil ich hasse das. Es gibt auch einen, der heißt Rizzo und der hat daraus schon, hat der wirklich mal bekommen, diese Hate-Kommentare, hat der lieb draus gemacht. Na, komm, na, komm, komm. Jetzt willst du Stress? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, was ich jetzt sagen müsste, ja. Den will ich auf jeden Fall nehmen. Es gibt auf jeden Fall noch stärkere. Ne, den habe ich noch gar nicht. Ne, den habe ich noch gar nicht. Die macht in die Rippchen, bam, also mit einer Faust in die Rippchen rein, bei einer Mega-Attacke und ja. Ich werde jetzt die Kampagne kurz noch machen. Dann werde ich gerne noch einen Geisterkampf machen. Oder einmal gegen Börse. Ähm, und ja, und danach glaube ich, dass wir es ins Grito, weil ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie man Schals Liebe siegt. Und dann muss man ja immer noch festhängen. In die Rippchen. Scheiße, hier, komm. Geh mir her. So, so. Bam. In die Rippchen. Nee. Komm. Oh, ich bin mal bei mir. Ich bin echt echt stress. Oh. Ja, komm. Ja, mein Geisterkopf, ich bin echt krachten. Komm. Ja. Komm. So, und du was mir. Toch, zuch. building! K komm Röpfchen komm bei dem Fall ist das auf jeden Fall noch mal die sind mir sehr stark ach du scheiße Jack Six Ja, das Problem ist, die sind eigentlich sechs, die jetzt sechs, sechs sind auch meistens sehr stark. Oder die anderen kann ich auch noch. Kannst du schon wieder lassen. Ey, komm her. Zack. Komm, zack, 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 zack. Ach so, auf eine Scheiße, oder? Komm, zack, 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 zack. Zack. Doppeltritt. Zack, zack. Das wollte ich wirklich schon. Ja, ne. Ich will auch jetzt mal sagen. Ja, wir machen so einen Versuskampf. Und ja. Da will ich auch sagen, ein Versuskampf noch, weil diese Mission ist so schwer. Offline-Guys. Ne. Teamkampf. Versus. Wir machen zwei. Zwei. Ich will zwei starke jetzt auf jeden Fall mal nehmen. Nein, ich war einfach immer egal. Der. Das, dann würde ich erstmal sagen, dieser Kampf noch und dann war's eigentlich auch erst. Das ist ein Ninja aus dem Licht. Das ist ein Ninja aus dem Licht. Das ist ein Ninja aus dem Licht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Jetzt, bam, bam. Und mich persönlich. Ich weiß nicht, das laute Zoom hört so, uuuuuh, das ist meine Playstation. Kickboxer! Komm! Schuf! Zack Leute, habt ihr gesehen? So kämpft man. Ich hab gewonnen, mit einem nur. Pff, ja Leute, da könnt ihr mal sehen. Ich würde erstmals bis jetzt sagen, es war's für diese Folge heute schon. Und das heutige Hashtag ist, ähm, das heutige Hashtag ist Hashtag Kampagne. Und dann würde ich sagen, ciao Leute!